Ich muss jedenfalls da hin. Ich muss jedenfalls da hin. Ich werde jetzt versuchen, eine Schnellreisefunktion zu finden oder ein Schnellreisesystem oder wie auch immer. Ich habe mich natürlich nicht zur Verfügung. Dann müssen wir uns wohl mit dem hier zufrieden geben. Ich bin noch ein wenig müde. Ich weiß auch nicht warum. Aber nun gut, so ist das nun momentan. Wir haben ja noch Ferien im Moment. Also wahrscheinlich, wenn das draußen ist, dann nicht mehr. Weil ich nehme mir ganz viel im Voraus jetzt auf, gerade in dem Moment. Oh, es war doch relativ vornah. Ja. lange. So. Gehen wir da mal rein. Kann ja nicht so schwierig werden. Auf geht's. Wird schon klappen. Der sechste Tag. Die alte Residenz des Papstes ist überfallen, um den Schrein des Romulus zu finden. Nicht mehr als eingehaut, hat der Gesundheitsanzeige für den. Hier kommt zumindest keine... Wie soll ich sagen? Keine... Keine Gegner, wo man das verlieren könnte. Hier kommt nur Klettern. Allererstes muss ich erstmal den Weg finden. Das ist ein Schrein. Läuf Däuf Sä� Und Sä� 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 muss ich kurz orientieren vielleicht muss ich auch gar nicht kann ich auch mal in den nächsten Raum gehen ich habe lange nicht mehr gespielt deswegen bin ich mir gerade nicht mehr sicher was ich machen muss aber ich werde es sehen ich werde es sehen okay ganz ruhig uh-huh okay also ich stehe nämlich gerade extrem dumm an nein 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 Das war's für heute. Ich versteh's nicht gerade. Um... Hmm... Oh... 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 Ich kann ja auch einfach mal hier weitergehen, ne? Wieso nicht? Wahrscheinlich war das auch so gedacht und ich check's einfach nicht, gerade in dem Moment. Ich finde das langweiligste Video ever. Ja, genau so. Oh, deswegen ist auch so... Okay, schon volle Synchronation gescheitert. So macht man das, meine Freunde. So macht man das. Das ist ganz einfach. Ach... Ich hab' einen großen Fehler gemacht. Ach Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so dumm. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Aha. Oh... Wer hätte es gedacht, dass ich da noch rankomme? Ihr bestimmt nicht, oder? Wenn ich stürze, hilft mir das. Ganz bestimmt. Gut. Oh, oh. Sehr gut. Nein! So lässt du dich denn feilen? Gott, bist du schlecht, ey. Etzio, so kenn ich dich hier gar nicht. Ich trenne mich in die falsche Richtung, oder? Oh mein Gott, ich hatte das Spiel so lange nicht mehr gespielt. So, und rein. Und da drauf. Und da drauf. Hilfe! Und hoch hier. Könnte helfen, wenn ich stürze. Hier ist noch ein Schatz. Oh. Weihrauch braucht hier jeder heutzutage, ne? Ganz klar. Hier ist, ach ja, hier ist die Basilika, die gute alte. Magnifico. Ja, bestimmt. Ich will mal als alle erstes erstmal, äh, das nötige Substanz mir besorgen, nämlich Schrumpfkopf einmal. Danke. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja jetzt ist plötzlich die Kette nicht mehr ganz so funktional. Was ist das? 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 Meine Freunde, wer hätte es gedacht? Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Natürlich hätte niemand gedacht, dass es so kommen würde. Was ist das? 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 Ich bin gerade, ich bin... Ich bin gerade... Ich bin gerade ein wenig komisch drauf. damit wir... damit wir... damit wir... ich bin... ich bin... ich bin... auch noch ein paar Schätze... auch noch ein paar Schätze... ich bin... 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 Ich bin...